so ich bin mal wieder seit längerem mal wieder spielen gegangen und finde jetzt hier ein volles Feld auf 20 Cent und auf 50 Cent jetzt bin ich mal gespannt wie viel Geld es kostet bis da mal jetzt drei Diamanten kommen und ob wir die Felder kriegen also das habe ich auch noch nicht gesehen dass einem Automaten auf zwei Einsätzen bei drei Diamanten die Felder voll stehen gelassen worden sind oder es ist wieder irgendwas im Busch wovon man nix weiß schauen wir mal wie lange es dauert bis wir die kriegen ich muss nur mal wieder hier in der Halle ein bisschen auf die Aufsicht nachgeben das heißt würde man mal wieder zur Unterbrechung kommen da muss man direkt auf zwei Einsätzen die Felder voll sind habe ich auch nicht mehr wahrscheinlich einer das spiel nicht verstanden habe ich fast den eindruck oder kein geld mehr und wir kriegen wieder ein x wie immer Achtung! Oh Lotto mit 20 Euro Marke. Welch ein Wunder ich habe schon so oft mich aufs x gefreut. Komm jetzt mal einen dritten Diamanten. 05.00 Uhr 05.00 Uhr 05.00 Uhr 05.00 Uhr 05.00 Uhr Na gut, bis jetzt hält er sich, das sind die ersten 20 Euro drin. Gucken, wann er die Diamanten schmeißt. Gucken, wann er die Diamanten schmeißt. Lass der aber auf sich warten. Bekommen.